Die größte Entdeckung, die die Welt jemals geschehen hat! Zerstört! Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Mistzück! Oh Gott, ich glaube ich kann jetzt noch die Glaspette. Schatze, 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 sehr gut. So, geben einer. What the fuck?! Jahrelange Arbeit! Und alles umsonst! Alter! Jawohl! Guck dir so! So sieht's aus! So, buff tata! Schüttel, schüttel! Rollen! Rollen! Alter! Rollen! 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 Ausweichen! Oh oh! Nicht gut! Ganz schlecht! Nicht gut! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Das seltsame, wir werden alle scheiße! Will ich jetzt nach hinten bumsen? Wir sehen uns! Auf der anderen Seite! Rosaurschüss! Ja! Na dann! Ähm! Sind wir mal rennen dicht? Ja. Alter. Ich hab auf die Fresse. Wissen wie der Land? Bin ich die Russen schon? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Kamerafahrten hab ich irgendwie den Überblick verloren. Oh, du machst das. Komm schon. Du führst halt gute Erlehrung an. Also wir sind immer so ein Mega-Premium-Scindy. Ich hasse das. Ja wohl ja. Ja wohl ja. Renn. 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 Ja. Tja, das ist der Rhein schon gefallen. Wo zum Teufel bist du? Ich hab ja gesagt, du sollst fahren. Hm. Ich hab ja gesagt. Hast du gedacht, ich lass dich hier, hm? Guck, guck. So, U-Boot fahren kann ja jeder. Jetzt ist es schon spannend mit dem Mega-Feed. Weil dann sind wir schon noch hier. Okay. Okay, wir müssen nicht fahren. Ich wollte drücken oder so. Was ist passiert? Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Hm. Wir haben ein Leck. Wir werden ertrinken. Gut ein, wir sind Watson. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Lebend bis hoch. Ja. Ja. Das gibt noch einen für einen guten Plan. Die Oberfläche ist nicht weit. What? Jawohl. Ja sicher. Wobei, das kann man echt schaffen. Ja. Sehr gut. Puss. Loll. Nicht im Ernst. Alter, ohne Spaß. Ich hab doch nur einmal aufs Versehen bin ich auf X gekommen. Farsch mich doch nicht. Nee, du bist jetzt tot. Du Nutscher. Nee, nee. Fuck. Fuck. Komm schon. Komm schon, Jodie. Komm wieder zu dir. Ja, ja. Komm schon. Oh fuck. Komm schon, Jodie. Wach auf, ja. Wach auf. Wach auf. Komm schon. Ja. Komm schon. Der ist auch bestimmt gar nicht irgendwie, dass er eigentlich schon ausgeworfen sein müsste. Komm schon. Komm schon. Wir machen das wieder. Komm schon. Da ist ja einer geklemmende Matti. Das wird auch voll vornya gem conores. Du wäten, was er mit jemandem ist. Ja so. Ja. Ob ich wieder am meisten still ist Man weiß wieder nicht ob das auch passiert wäre Wenn ich die ganze Zeit richtig gedrückt hätte Du hast es versaut Ich hab keine Ahnung Da drüben Warten jetzt springen wir wieder so weit nach vorne Das war ja fast zu einfach Gute Nacht Prinzessin Ist Nathan okay? Wann sehe ich Ihnen wieder? Ich weiß nicht Süße Er hat sein Büro seit drei Tagen nicht verlassen Er liebte seine Frau und seine Tochter Viel mehr als alles auf der Welt Aber wir versuchen es morgen nochmal Okay? Jetzt wird geschlafen Das übliche Erst nach links und dann nach rechts Das wirkt hier erst nach rechts und dann nach links Ich hab die will sich mit uns unterhalten Die talkt mit uns Ja Ich glaub die will uns was zeigen Du kannst ja von einfach raus können Was macht Cole denn gerade? Ach da ist gar keiner Ich sag dir wenn das jetzt ein Spiel wäre Wie Far Cry 4 Würde ich mir jetzt voll in die Hose scheißen Ich sag dir ich würde doch Let's Play beginnen An der Stelle Ich würde sagen alles klar danke für die Zuschauer Bis zum nächsten Mal Ich glaub das schon so schnell kann Was ist denn das für ein Raum? Ich glaub das ist das nächste Büro Ja macht Sinn Was willst du hier? Es ist spät Geh wieder ins Bett Ach die Zeuchtin Ach die Zeuchtin Zum Violetten Nicht weinen Daddy Was hast du gesagt? Es ging so schnell Mami konnte nichts machen Aber es tat nicht weh Hör auf damit Jodie Es tat gar nicht weh Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit Wir sind hier Nathan Wir sind an deiner Seite Alan Laura Wir lieben dich Schatz Wir werden dich für immer lieben Rede doch bitte mit mir Jodie Bring sie zu mir Mach dass sie mit mir reden Ich kann nicht Sie sind weg Bitte Geht nicht weg Geht nicht weg Die beiden fehlen mir Die beiden fehlen mir Jetzt soll ich mal wieder eine gewagte Theorie auf Ich glaub der ist doch der böse Ich glaub der will Jodie missbrauchen Um quasi durch die Infrawelt an die beiden Achso an die Eltern zu kommen Äh also an Frau und Tochter Jaja klar Beta Sonne Ich glaub das ist ja Stein auch ganz schön voll Ja Also wie Hadis Ma Der Kondensator in Katzistan wurde zerstört Die Kluft ist jetzt unpassierbar Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang Krass Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt Eine Welt die wir erobern werden Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation Ja und er hat's gemacht Und Jodie hat überlebt Da stand ja auch nicht Da stand ja außer Frage Ich glaub das mit dem Auge hätte man ändern können Ja das glaub ich auch Diese Pentagon-Obermarker können ganz schön naffen Ähm Brrrr McGrath macht mich krank Der Typ ist so ein zynisches Arschloch Weißt du es wäre für das ganze Land eine Wohltat wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde Tu's Wir haben alle unseren Teil dazu getan Wir dachten wir würden das Richtige tun Aber unser Einsatz er war Er verleiht im Pentagon allein die Kontrolle über die Infrawelt Was wirst du jetzt tun? Hm Vielleicht gehe ich zu meinen Freunden zurück Die paar Menschen Die mich mögen wie ich wirklich bin Es gab davon bisher nicht so viele Und was ist mit dir? Naja die CIA hat schon große Pläne für mich Top Gehalt Bonson Auto Golf spielen Ich hab noch nicht ja gesagt Aber natürlich Denk ich drüber nah Hör mal Jodie ich Ich weiß es war kompliziert Zwischen uns Und ich hab sicher vieles nicht richtig gemacht Aber wir könnten neu anfangen Und uns zusammen etwas aufbauen Ich meine nach allem Nach allem was passiert ist bekommen wir es diesmal vielleicht hin Was ist mit Aiden? Ich gewöhne mich dran Der sich sicher irgendwann auch an mich Ich meine Wir haben was gemeinsam Wir beide haben dich gern Ich bin nicht bereit Ja zu lange warten ist nicht drin Ich schätze dass das Zeit braucht Tut mir leid Ryan Ich weiß jetzt nicht ob ich wirklich antworten wollte Ich versteh schon Hör zu was auch immer du tust Vergiss nicht ich bin immer für dich da Ah da steckst du Wessen sucht nach dir Komm mit Ich bring dich in sein Büro Tschüss Ryan Oh weißt du was Ich hab ein Single Malt bei mir stehen Ein feines Ständchen Kommst du gleich nach? Äh nein Ich sollte lieber So was trinkt man doch nicht allein Dein Whisky verlangt Begleitung Ich sag dir was Ich such dich dann okay Hier lang Jodie Tja junge friendzone Hat ja auch ein bisschen Spaß hier Muss man immer so sagen Ich fand ihn auch nicht wirklich sympathisch Manche Entscheidungen sind schwer Jodie Ja Immer haben die anderen für mich bestimmt Wird Zeit dass ich meine Entscheidungen treffe Tu nur was dein Herz dir sagt Dann triffst du die richtige Entscheidung Das ist echt ziemlich creepy Ich würde mein Büro niemals auf die gleiche Höhe setzen Wie man da mit dem Fenster nur so durchkommen kann Aber der ist so groß Das ist halt die Frage Da muss er ja unten in die Erde rein Ich finde es ja trotzdem mega creepy Ich würde die Räumlichkeiten hier ein bisschen erinnern Du schon an Bioshock Äh nicht an Bioshock An Mass Effect Ja ja Deswegen finde ich da so steril und kahl Ruf mich an dann hole ich dich wieder ab Okay Jetzt beichtet der Hütter uns verraten Was immer Nathan sagt Pass auf What? Alles klar Wir sind gerade gewarnt worden Okay Ja bitte Ich meine der ist nicht so umsonst Der Mega-Bounce Der mit dem Mega-Bubo einfach Ja dann ist der Der Typ Wie bei Mass Effect 2 Der könnte auch Die aus Extreme Revolution sein Ich habe meine Mission erledigt Jetzt ist die CIA dran Und was die CIA angeht Du existierst nicht länger Du hast jetzt Elisabeth North Neue Identität Neues Leben 500.000 Dollar Für geleistete Dienste Das hilft dir beim Neuanfang Das nehmen wir Danke Echt? Klar Die Identität Die die CIA dir zuweist Dass du nicht mehr existierst Nimmst du an Bevor du gehst Geld nehme ich vor allen Dingen an Habe ich noch eine letzte Bitte an dich Das bin ich auch Als meine Frau Und meine Tochter von mir gegangen sind Durch diesen Unfall vor 15 Jahren Wollte ich ja auch sterben Ich weite viel Ich habe mir den Kopf Gegen die Wand geschlagen Und den Grund verzweifelt gesucht Warum Warum sie Ich würde sie nie wieder im Arm halten können Das war wie eine Wunde Die nicht heilt Aber dann kamst ja du Und ich habe erkannt Sie waren noch hier Die ganze Zeit bei mir Ich konnte sie nur nicht sehen Die Regierung hat mir alles gegeben Was ich brauchte Zum Studium der Infrawelt Sie waren interessiert An militärischen Anwendungen Aber mich interessierte nur Meine Familie wiederzusehen Es hat Jahre gedauert Aber schließlich hatte ich Erfolg Und entwickelte das hier Von der Scheiß Sie sehen mir aber nicht sehr fröhlich aus Nö Hallo meine Süßen Von unserer Welt zu kommunizieren Um mit den Toten zu reden Jody Stell dir das vor Was willst du von mir? Ich will dass du mir hilfst mit ihnen zu reden Ich will sie nur reden hören Ich will ihnen sagen was ich hier tue Bis zum Abschluss meiner Forschung Bist du die Einzige die das schaffen kann Jody Äh, nein Naisen Nein Nein Tu das bitte nicht Ihre Stimmen sind verschwunden Seit 15 Jahren Seit dem Tag An dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte Ich Ich bitte dich Jody Tu das für mich Was könnte dann passieren Wenn wir die sprechen lassen Gib mir deine Hände Werden wir so fahren Wir haben uns überzeugen müssen Dann hau rein Wieder eine tolle Entscheidungsfreiheit Schatz Ich hab dich so vermisst Lass uns gehen Nathan Du tust uns weh Wir wollen endlich gehen Lasst uns los Du Du lügst Helen hat das nicht gesagt Du warst das Du hältst sie hier fest Ich kann sie fest Die beiden sind eingesperrt zwischen zwei Welten Das ist überhaupt nicht wahr Du lügst Ich weiß dass sie wieder bei mir sein wollen Ich weiß sie wollen bei mir sein Ich bin mal mitfühlend Ich weiß was du fühlst Du weißt überhaupt nichts von meinen Gefühlen Gar nichts Verstehst du? Lebe wohl Nathan Ich hoffe du findest dich Ich bin mal mitfühlend Deswegen gucken die auch so verzweifelt Ich bin mal mitfühlend Ich bin mal mitfühlend Ob der die jetzt wirklich gehen lässt Weiß ich nicht Kannst du das nochmal nachgucken Wo wäre er denn? Rechts Weiter rechts Ich bin schon an meinem Achso Ich bin schon an deinem Limit Hattest du ein draußenliches Fenster? Meinst du jetzt hier Der Foto meintest den Konsensator? Ja Mehr geht auch nicht Das ist Panzerglas Da kann ich nicht durch Wieso ist da keiner mehr? Ich weiß nicht Vor allem war ja Hier waren auch noch Wachen In so einem Scheiß Der Spaß hier ganz bestimmt Jetzt fangen lassen What the fuck? Wohl Immer auf den Hinterkopf denied Schick Oder Och orr